Heute ist der 17. März 2020 und heute Nacht zwischen 10 und 1 Uhr sollen die Aufzüge hier am Bahnhof installiert werden. Und hier werden jetzt die Vorbereitungen getroffen. Zwei riesen Kräne stehen hier und hier ist der Aufzugschacht, der dann hochgehift wird über die Gleise hinweg, weil ein Bahngleis muss dann gesperrt werden, hat er mir gesagt. Und dann wird es da drüben dann auf den vorhandenen Sockel gesetzt. Ganz schön hoch dieser Aufzugschacht. Hier ist eine Geschichte über die Gleise hinweg. So, heute wird der erste Teil des Aufzuges über die Gleise hier rüber gehiebt und hier unten auf den Sockel gesetzt. So, das war der erste Ziel. Und jetzt wird der Aufzug wieder gesetzt. Und hier ist das im Fundament. Da wird jetzt der Aufzug da aufgestellt. Ein Zug habe ich noch da drüben. Einer kommt noch. Einen Zug habe ich noch und dann sperre ich. Sehr gut. Wie lange dauert das Übersetzung ungefähr? Zwei Minuten? Fünf Minuten? Ne, halbe Stunde. So lange dauert das? Halbe Stunde bis wir es dann fixiert haben. Also das Rüben geht schnell. Ja, geht schnell. Bis es sich fixiert ist, ja. Okay. So, nochmal. Hier steht der Zug. Das ist endgültig der letzte Zug, der es gut vorbeifährt. Das muss man dann vorbeilassen und dann geht es auch gleich los. Der könntest das gleich los. Oh,úd's kommt jetzt wieder, das lien passt einfach nicht. So, zwölf Uhr! Okay, gut! Gut! Alles klar! Jawohl! Alles klar! Was was ignorativist? Ja. Vielen Dank. 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 Okay, schönen Dank. Gute Nacht. Tschüss. 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 Tschüss.